Fritz, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann, aber du hattest ein Ritual, und zwar bestimmte Unterhosen, oder? Ja, das braucht man natürlich in Kitzbühel nicht ansprechen. Ich weiß nicht, ob wir es nicht schon einmal gesagt haben, ich habe immer eine helle Unterwäsche getragen. Am liebsten natürlich weiße. Optimal ist, wenn sie dann beim Heimfahren auch noch weiß ist, relativ weiß. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich ein positiver Mensch in meiner ganzen Karriere gewesen, und ich habe darauf geschworen, keine dunkle Unterwäsche zu tragen. War zwar jetzt nicht so sexy, aber mir hat es getaugt und mir hat es gepasst. Und manchmal kann es schon sein, dass da ein Beistrich drinnen war. Rot-Weiß-Rot. Rot-Weiß-Rot gestreift.